Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Empire of Sin. Eigenschaft erhalten, sehr gut. Wir starten auch noch gleich mal durch. Es gibt sie hier dazu, Josephine Duddy. Die ist nämlich mit unserem Max befreundet. Hallo, wie geht's? Hat zwar wenig Hitpoints, aber dafür 107 Treffsicher. Und kann natürlich unsere neue MP bekommen. Hi Leute, bereit zu gehen, zu Business? Und danach gucken wir. Hier ist die Machine Pistol von dir. Und ansonsten kann ich dir nichts geben. Da haben wir nicht noch eine Granate? Nein, das ist der Typ, hat die... Was kann ich dir denn dann sonst geben? Da ist sie, meine Güte. So, ansonsten haben wir gar nichts mehr dafür. Ansonsten passt es alles. So, hier. Ja, der Typ hier, der kriegt eine neue Rolle. Und zwar wird der Unterboss. Er hat 75 Führungsqualität. Das passt auch dementsprechend. Auftrag abgeschlossen. Sehr gut. Alle da. Was wir noch machen wollen. Willkommen in der Nachbarschaft. Ja. Wieder einmal aufrüsten alles. Das ist ja auch dementsprechend einiges flöten gegangen. So. An erste Hilfe und Zeug. Was die sich selber verarzten können. Gut. Das passt alles. Ansonsten kann ich nichts machen. Ich habe schon ein neues Ziel. Und zwar ist es... Wo sind sie denn? Das ist... Nein, hier drüben ist das drin. Hier. Das ist er hier. Der Unterschlupf der Las Hoyos de Lulorana. Meine Güte. Die sind die nächsten. Deren Unterschlupf hat nämlich... ...Stufe 1. Also spricht da so gut wie nichts drin. Was ihr sehen werdet. Hier. Kannst du reinklicken. Siehst du. Sicherheitsstufe 1. Des Weiteren kann man im Handel schauen. Hier. Handeln wir in die Runde. Umschalten. Wir sehen, der hat bloß ein bisschen Plurre. So viel hat der nicht. Der hat hier zwar ein bisschen was. Aber nicht eingesetzt. Sondern hier nur eine Single Action Revolver. Der hat zwar ordentlich Power. Und der hat noch einen Schlagstock. Zum Curry draufhauen. Zwei Big Arts Taschen hat er. Und ansonsten nichts. Deshalb schnappen wir alle. Pesen hier vorne hin. Geh mal Gas drauf. Crimson Capino. So. Das sind die hier nämlich. Nein. So. Dann starten wir hier den Hinterhalt. Boss. Wo bist du? Nicht in erster Reihe. Wär's gefährlich. Du. Du bist gefährlich. Ja. Angreifen. So. Da haben wir den Schrot am Start. Dann machst du hier auch noch die Lüge aus. Sehr gut. Was ist hier jetzt wieder los? Der da hinten oder was? Was hat denn der da hinten? Bisschen von oben was? So. Alle pushen. Machen wir den da kaputt. Was ist denn das? Schläger oder wie heißt der? All right then. So. Master of Disaster Monks. So. Jetzt startet der hier durch. Ach. Gauner. Meine Güte. So. Mal Zeit verzögern. Du machst dem die Lichter aus. Sehr gut. Passt. Und nicht vergleichen. So. Ähm. Die Kiste aufmachen. All right. Oh. Noch mal die Handgranate. Cool. Oh 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 oh. Vollgas geben. Vollgas geben. Vollgas geben. Hier hin. So. Kurz Pause. Damit wir eintreten können, müssen wir dem hier den Krieg erklären. Wir laden keinen ein und sagen Krieger klären. Yes. Fehler gemacht glaube ich nicht. Weil wir gehen jetzt halt rein. So. Wir schauen mal wie sein Unterschlupf aussieht. Einer mehr. Wie beim letzten. So. Okay. Es sieht wieder aus. Ja. Also da hätten sie sich echt mehr einfallen lassen können. Hm. Da pushen wir halt vor. Da pushen wir halt vor. Ja. Ja. Da pushen wir. Da haben wir auch noch einen. Oh oh. Wow. Oh. Au weh, au weh. Au weh, au weh, au weh. Die können alle so wenig laufen. Okay. Okay. Mal gucken, dass wir die jetzt rechtzeitig ausknipsen. Nicht, dass die mir den da hinten ab. Aus dem Leben nehmen. So, du gehst voll in Deckung. So, du gehst voll in Deckung. Das ist ein bisschen durch. Und unser guter Monk, die ist auch noch am Start. Ich bin alle auf. Hm. So, Runde beendet. Er ist am Zug. Aha. Was macht er denn? Oh, er pusht. Er pusht. Wow Eieiei Dann gib ihm mal ordentlich eine mit Wow, 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 wow Was macht der? Der kommt auch uns entgegen So, mit dir sieht es eigentlich richtig schlecht aus Richtig, richtig schlecht Ein Aktionspunkt kostet mich das So, wer ist da denn? Oh Wow, 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 wow Das ist heftig Hätte ich jetzt echt nicht gedacht Au, du Masch Ui, 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 ui So, der Boss ist weg Panik, oder wie? Panik nochmal Panik ist am Start Wem kann ich hier eine mitgeben? Hier Ah, nein Vergessen die Waffe zu wechseln Verdammt So Ja, das ist Scheert Boy Mr. Miller Hat Die MP Alright Dann haben wir hier Den guten Monks Muss mal schauen Ist wieder kritisch Wirklich eine Granate Daneben Gott sei Dank Gott sei Dank So Kapon Müssen hier einen aus dem Leben nehmen Vier Boah Echt jetzt Was hat der jetzt gemacht Ich hab's nicht lesen können Ich hab's nicht lesen können So Du darfst das mal hier hinten rein Verschwinden Gut Gut So Ihr gefährlichen Typen Was mehr erwischen wir nicht Außer Ja, hilft halt nix Achso So, Achievement In den Sonnenuntergang Für jeden den wir killen Kriegen wir was So, Waffe wechseln Ja So, schon besser Die Lichter gehen aus Wer ist denn hier Als nächstes Ist das die da hinten Die da Ist uns nicht so querlich Die, der kann weg So Der macht hier hinten die Wo ist er denn Achso Der liegt auch am Boden Ne Schrot Dann ist sie hier fällig Weil sie so nah dran ist Gut So, versuch du mal dein Glück Meistens hasch keins Ein Pfeffer Jetzt kommt der gute Monks Und macht hier den Rest Eh klar So Der Boss Killt den aus dem Leben Dann soll man die Runde Verändern Das bringt eh nix Zögern Dann machen wir hier die Lichter aus Und schon haben wir Wieder mal ganz knapp Ganz knapp Verloren Da das ist sein Basie Schläger Was das gibt Bisschen Cash So Übernommen Wir nehmen das mit Was machen wir draus Unterschlupf Der kostet nix Wer ist hier am Start Ja Yes Yes Sehr gut So Jetzt haben wir ein bisschen was übernommen Ist ein bisschen gestiegen Das ist doch schön Dann können wir uns weiter nach Weiter Ausschau halten Nach Fraktionen So Können wir mal reinschauen Der hat auch nur Stufe 1 Ja hier wäre so ein Fall Ob das möglich wäre Da sind ein paar mehr Wachen Verkaufsmodus Verkaufen mal was wir hier nicht brauchen So wie das hier Haben wir hier Den Revolver Haben wir so einen Ist das Derranger Nein Aber so einen harten Knüppel aus dem Sack Haben wir da Top 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 Gut So Hier unten Blankhand Gauner Wohin gehen die Laufen die wohin Wir gucken mal rein Was da abgeht Wo sind sie denn Hier Oh wir können mal hinreisen Wir könnten das mal machen Also falls wir Wo sind wir denn eigentlich Hier oben Da ist unsere Homebase Da ist die Gang Die kann sich jetzt erstmal Hart erholen Vor allem der eine Lass mich doch in meinen Unterschlupf Reinschauen Mensch Eintreten ja Dann lass mich doch reinschauen Ich bin doch hier drin Mensch Ach nein Wahnsinnig Wie schaut's bei dir aus What Voll Boah Okay Dann Wo war er Hier oben Hier Hammer Reisen 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 Was Haben wir irgendwas Da haben wir doch Reisen nach Mach mal So So Nochmal durchklicken Ja 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 Top Sehr sehr top So Und die Granate ist eine wenige Aber ihm Kriegt sie sofort wieder Irgendwo eine Ja Ja Top Top Wir sind hier Und starten gleich mal den Hinterhalt Mal schauen welche Richtung Diese Richtung Jetzt Sehr sehr gut So Du triffst eh immer so gut Hier die Lichter Sehr gut So Der Allernächste Der ist Hier Yes Putz Sehr gut Noch einmal Hier hinten Einmal Lichter aus Putz Top Passt Wir sind hier am Start Wir erklären ihnen den Krieg Ihn hier Alter stopp Handel 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 Was hat denn der Im Schalten Umschalten Oh Der hat die Oh der hat ein Maschinengewehr Wir tauschen So Wir wollen ja nicht dass er hier das hat Ne Ja Wir geben ihm hier Boah Keine Ahnung Blöre Und Als Als Wusel Etikettieren Als Hochklassik Etikettieren Haha Das geht auch Ein bisschen Cash hier noch Kann damit eh nichts anfangen Wir übernehmen das ganze Geld Handel bestätigen So Sie haben Handel Zugestimmt Handeln Umschalten So Jetzt hat er keine mehr Jetzt bloß nur den Revolver Die Granate Die will ich auch noch Dass es mir hier nicht gefährlich wird Kein Lagerraum vorhanden Dass die mir nicht gefährlich wird Zu viel Bestätigen Nochmal ein bisschen Yes Handel bestätigen Zugestimmt Oh Mann ist das einfach Und Müssen wir den Krieger Oh Doch Schnell Nein nicht handeln Zurück Krieger klären Kriegstil Erklären Bestätigen Okay Gut Und wir gehen alle rein Weil wir gerne angreifen Wohlstand Ja Macht nichts Wir gehen trotzdem rein So Wie schaut denn die Spelunke aus Oh 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 Okay 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 Overwatch Reicht nicht Reicht nicht So Jetzt schauen wir erstmal rum Was wir hier haben Gewehr 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 Gefährlich Pistole Gewehr Gewehr Pistole Schrot Schrot Unbekannt Pistol Er selbst hat auch bloß noch eine Pistol Dann Gewehr 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 Hier hin Kugelfang Okay Wo bist du Du bist hier Ich hab freies Schussfeld auf ihn Und könnte ihm eine mitgeben Ich könnte aber auch ziehen Mit dir ein Mit ziehen Einmal ziehen Bock gefährlich Bock gefährlich hier Ich geh mit dir hier hin Habe ich noch Overwatch Normal Ja Overwatch Wir blicken In die Richtung Falls da einer Faxen macht So wie hier Kassiert er gleich Ah Das ist das Halbe halbe Mhm Ist der Philipp Sie Ich glaub wir locken alle raus Wir locken hier alle raus So machen wir das Kann ich jemanden attacken Nein Das bringt nix Wenn ich mit dir in Overwatch Gehe Wenn sich da einer raus Verirrt Das mach mal so Oh Okay Oh Hä Du gehst zurück Ist auch okay Du hier Da will ich eigentlich Den Monks hin haben Aber du hast auch Eine richtig lange Range Eine richtig Richtig lange Du hast volle Deckung Hier Was ist das Weiße Ist das Weiß das Gar nicht Ah Du kommst nicht mal So weit Eins ziehen Und dann ein Overwatch Sprengt doch gar nichts Null Warum 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 Ist das Egal Wir probieren es einfach So Sie Darf auch Zurück Kommen Sie Darf Ebenfalls Zurück Bis hierher Wo stehst du Ach Du bist das Okay Wir machen das gleich so Okay Oh Die haben ewig viele Gewehre Gefährlich 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 Master of Disaster Monks Es hilft nichts Du musst hier hin Es hilft mir nichts So Alter Verwalter Heftig 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 Kannst du dir Probier es mal So mal Zurückschickt Jetzt kann sie von da aus Nicht schießen Sondern muss vorlaufen Das ist okay Müssen die Lichter ausmachen Schaffst du das Mach mal Mit dem blöden Kugelfang Ach du bist hier Miller Der mit der Thompson Bock Gefährlich Ist das wenn ich mich Bewege oder was Also So Doktor Lichter aus Sie. Das da. Erwischst du die? Versuch mal dein Glück. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm. Philipp Hall. Ist er hier. Mach das mal. Sehr gut. Gut, der gute alte Manx ist am Start. Probier mal. Ah. Sehr gut. Runde beendet. Was macht er? Gut. Master Kabone. Hier drauf. Gut. Er. Mach den hier. Mr. Miller. Geht in Overwatch. Ah, verdammt. Ja. Siehst du schon, dass da ein Toter am Boden liegt? Jetzt sind es zwei. Oh, Mann. Null Prozent. Wer ist denn das? So, wir versuchen es einfach mal. So, der sieht da nicht rein. Okay. Feuerstoß. Wow. Nice. So. Den muss ich einmal treffen. Sehr gut. Wäre besser in Sizilien geblieben. Ist das Achievement von ihm? So, hier wird reingeguckt. Können wir verzögern. Sehr gut. Du versuchst dein Glück. Hoffentlich klappt's. 50 Prozent. Jawohl. Unsers. Unsers. Prezessionsgewehr haben wir dazu bekommen. Sehr, sehr neu. So. Vorgestellt. 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 Wir übernehmen das Ganze. Wird ein Unterschlupf draus. Bestätigen. Sehr gut. Angelo. Sehr, sehr, sehr nice. Der Krieg ist vorbei. Ich muss durch all deine Brüder und Uckels, bevor ich zu dir getroffen bin. Gut. So. Das waren zwei auf einen Streich. Zwei auf einen Streich. Ja. Boah. Heftig, heftig, heftig. Jetzt brauche ich noch ein paar, die mit Gewehren umgehen können. Wie geht's? Ein paar, die mit Gewehren umgehen können. Das ist äußerst wichtig. Guten Tag, Sir. Hier sind wir, Leute. Aber da lässt sich schon jemand finden. Coole Sache, coole Sache, coole Sache. Boah, Mann. In einer Folge zwei ausgeschaltet. Also es zeigt, entweder ist das Spiel zu lahm. Naja, Schwierigkeit ist da übelst. Übelst unten. Oder ist es einfach nur... ...cool. So, 2260. Flöge und 5538. Oh, die Woche. Talent erworben. Natürlich. Was hat er denn? Ach, den Trickbetrüger. Für unsere Nachkampf mit einer Sekundärwaffe aus. Kritischen Nachkampf dafür zu. Der Nachkampf schlägt das Ziel mit einer Chance von 75% K.O. Hier. Der Schlag. Top, ey. Das freut mich richtig, richtig, richtig. Sonst können wir nämlich auch hier oben so einen Preisklassikerin nehmen. Einfach einen mit Präzision. Zeig mir das, galt. Das ist noch uninteressanter. Wie geht's? MP. Gut, dass du dich sehen kannst. MP. Hey, wie geht's? Probleme. So. Da gibt's Probleme. Was ist noch gut aus? Der hat Angst. 25% die Chance wegzulaufen, wenn ein Teammitglied flieht. Wir haben normalerweise... Wir sind nicht so, dass da jemand flieht. Aber der will halt richtig Cash, ne? Der will richtig Cash haben hier. Okay. Schön verängstigt. Ich guck mal offline noch nach. Gut. Das war's hier für die Folge. Das nächste Gebiet gehört uns. Wir haben nicht mehr so viele. Wir radieren da einfach einen nach dem anderen aus. Jetzt kennen wir noch drei Stück, also zwei weitere. Die sind aber ein bisschen stärker bewacht. Bei denen hier geht ein bisschen mehr. So. Talent erworben. Hin und weg. Töten als Ziel verschafft. In einen Bonusbewegung. Bonusbewegung. Hot Dog. So. Wir müssen mal schauen. Wo sonst noch die ganzen Unterschlüpfe sind. Hier ist meiner. Hier haben wir einen. Der ist ein bisschen stärker bewacht. Der hat Sicherheit vier. Also da sind ordentlich Leute drin. Das ist ein bisschen zäher bei dem. Und einen hätten wir sonst noch. Ne. Da sind wir am Start. Da waren wir nur nicht. Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Ansonsten denke ich müssen wir irgendwo reinschauen. Ein bisschen durch die Gebiete laufen. Weil ich habe hier. Ach hier ist er. Meine Güte. Hier von unserem Gentleman. Der hat nämlich drei. Und das ist auch nicht so. Wirklich so. Schlecht. Ah noch. Hm. Wir warten ein bisschen ab. Wir sind mal fast bei 10.000. Da holen wir noch zwei Stück. Mit Gewehren. Und dann rasieren wir da hoffentlich dann weiter ab. Gut. Ich sage an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. War eine coole Runde mit euch. Und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Wenn die nächsten fallen. Danke. Und Servus.